Fußballwetten 28.08.2019 Tagesgewinn, 23 Euro Autor de Selza Mekkenzi YouTube, diesmal nur 23 Euro Wettgewinn, da zu wenig unentschieden gespielt wurde. Mittwoch 28.08.2019 Praglui 01 zu 01 Euro 45, 1 Euro 45, Brügelins 01 und 02 zu 01, 1 Euro 60, 2 Euro 32, Amsterdam, Nikosia 01 und 02 zu 01, 12, 2 Euro 60, Bournemouth, Fgrün 01 und 00 zu 0, Klammer auf 3 zu 0, Klammer zu, 5 Euro 50, 14 Euro 29, Schneefkastle Lester 1 und 01 zu 1, Klammer auf 2 zu 4, Klammer zu, 3 Euro 42, Euro 87, Lil Stetien 1 und 00 zu 0, Klammer auf 3 zu 0, Klammer zu, 2 Euro 5 87, Euro 89, zweimal 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 2 gleich 64, Einsätze, Schrägstrich, minus 64 Euro, 23 Euro 89, 1 Euro 89, zweimal 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 zwe